Ja, hallo, ich bin der Samuel. Es freut mich, dir für den Weltkai-Chi und Qigong-Tag ein paar einfache, aber effektive Übungen aus dem Ich-Van-Air zu bringen. Mit ausgeklügelten Vorstellungen werden im Körper Entfindungen ausgelöst, die tiefgreifende Veränderungen ermöglichen. Eine meiner liebsten Übungen ist das Tragen und Halten einer Kugel, Tuobard-Schwangeneint. Auch hier spielt die Vorstellung eine zentrale Rolle. Zum Beispiel stellen wir uns vor, dass Sie in einem Fluss stehen und eine schwere Kugel halten. Das Wasser lenkt uns zufällig von einer Seite ganz leicht aus und das Gewicht der Kugel führt dazu, dass wir automatisch wieder zur Mitte zurückkehren. Diese Übung beispielsweise wird stark erdnet. Es liegt schon im Allgemeinen als vierseitige Wirkung. Zum Beispiel beruhigt es das Nervensystem, fördert die Koordination und das Gleichgewicht und synchronisiert Körper und Geist. Falls du jetzt also Lust hast, mehr darüber zu erfahren, dann freut es mich, dich beim Ta-Ching-Chi-Gong-Tag bei meiner Online-Rektion begrüssen zu dürfen. Machs gut und auf Wiedersehen!